Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Yoga-Tutorial hier bei Crazy Sports Augsburg mit mir Nadine Rebel. Heute möchte ich euch die Figur der gebundene Knoten zeigen. Seine Figur im Stand, sie erinnert euch am Anfang an den Ausfallsschritt oder auch an eine Kriegervariation. Und wir können damit schön in den Twist gehen für den Rücken, dehnen aber auch die Innenseiten unserer Oberschenkel und öffnen unsere Schultern. Ich zeige es euch von beiden Seiten. Wir beginnen im Vierfüßlerstand und vom Vierfüßlerstand in der schönen neutralen Position gehen wir hoch in den Hund. Ich muss kurz überlegen, ich nehme das rechte Bein nach vorne. Ich setze mein rechtes Bein nach vorne zwischen meine Hände und komme in einen Ausfallschritt. Die Ferse schiebt nach hinten, die Scheidekrone nach vorne, der Hüftbeuger kommt tief. Jetzt nehme ich beide Hände nach vorne neben meinen Fuß und drehe den hinteren Fuß leicht auf, sodass er schön stehen kann. Ich habe hier die Hände noch tief. Jetzt greife ich mit der inneren Hand unter meinem Bein durch und lege den Handrücken auf meinen Rücken. Mit der anderen Hand greife ich oben drüber. Die Hände finden sich und jetzt schiebe ich sowohl nach vorne wie auch die Schulter leicht nach hinten und öffne mich. Der gebundene Knoten. Zum Lösen erst diese Hand, dann die andere. Langsam wieder nach oben kommen und ich zeige euch gleich die zweite Seite. Jetzt müssen wir nicht mehr in den Hund gehen, wir sind von den Füßen her schon richtig. Wir wandern schlichtweg auf die andere Seite rüber. Wir stellen den Fuß jetzt nach vorne, die Zehen zeigen nach vorne. Der andere ist leicht verdreht im 45 Grad Winkel. Und wir kommen von hier aus tief und setzen gleich beide Hände vorne vor auf dieselbe Höhe von Fuß hier hin. Jetzt merken wir hier schon die Dehnung im Hüftpolver. Gehen mit der inneren Hand und dem Arm unter unserem Körper durch. Legen den Handrücken auf unseren Rücken. Öffnen, kommen in einen großen Kreis. Die Hände finden sich und wir schieben nach vorne und drehen die Schulter auf. Beim Ausatmen noch versuchen die Idee weiter zu kommen. Und langsam lösen. Damit ich mich nicht abschneide von der Perspektive, komme ich zurück nach unten. Ihr werdet es merken, es geht auf den Rücken, auf den Po, auf die Innenseiten der Oberschenkel, aber auch auf die Schulter. Ist fast alles mit dabei. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.